Die Sendung wurde vom NDR live untertitelt. Ach doch, der geht von alleine in der Fahrstuhl. Ich muss da hier rechts rüber, oder was? Okay. Und hier geht's jetzt nicht weiter, oder wie sehe ich das? So, hä, wieso geht denn der Fahrstuhl nicht runter? Ich komm hier nicht weiter. Ich bin zu schwer, ich komm noch nicht mehr hoch. Ah ja, so. Jetzt bin ich unten. Oh, bist du wieder da? Ja. Ich krieg das aber da irgendwie, glaube ich, nicht hin, oder? Doch, wenn ich ganz oben bin, könnte ich vielleicht auf den zweiten Dicken da springen, den du jetzt runtergemacht hast. Ach, jetzt hab ich mir... So, jetzt hab ich das geschafft. Und jetzt? Kommt da ein Fahrstuhl hoch? Ja, aber nicht hoch genug irgendwie, ne? Du musst hier auf den... Ja, ich komm aber nicht weiter hoch, oder doch? Hm? Da ist ein Fahrstuhl. Der hilft mir aber nicht, der da ganz unten ist, oder? Nein, der hilft dir nicht. Der hilft nur, wenn du runtergefallen bist. Ich warte mal hier so ein bisschen. Da unten ist aber ein Checkpoint. Okay, ich hab was geschafft. Jetzt musst du den da hinten runter, also den rechts runter machen, dann kannst du da rüberspringen, so. Zu dir dann springen, oder was? Oh, da hat's dich schon wieder erwischt, ne? Oh, da hat mich irgendwas erwischt. Da ist ein doofes Skelett, das hat mich grad getötet. Das kann doch nicht sein. So, ich bin also hier schon mal besser unterwegs, glaube. Mhm. Da rechts ist ein Checkpoint hinter dem Skelett, okay? So, jetzt ist das Skelett tot. Jetzt kannst du hier auch ohne irgendwelche Probleme hin. Dachte ich so, ja. So, jetzt hab ich den Checkpoint auch erreicht. Und jetzt müssen wir hier rechts weiter, oder was? Sieht irgendwie so aus, als ob es gleich zusammenbricht. Genau so ist es. Tja, probieren geht über Studieren, oder wie hieß das? Oh. Ja, also, Feuer ist heiß. Da stirbt man immer. Mhm. Probieren geht über Studieren, oder wie heißt das? Also, das Skelett hier, das ist außer Gefecht. Hier, musst du mal fertig machen. Was muss ich machen? Das Skelett da unten, oder? Ach, da ist ein Skelett, was immer wieder aufsteht, oder was? Und man dem auf den Kopf stellt. Nee, das muss ich nicht mehr reinschmeißen. Okay. Schaffst du? Ja, ich bin da. Checkpoint. Oh, zum Glück, ey. Müssen wir da unten lang, oder wo? Mhm. Oh, jetzt bin ich in Lava gefallen. Oh, jetzt bin ich nochmal in Lava gefallen. Ich möchte mir aber gerade da oben hin. Fällt das Ding da runter, ja, ne? So, ich bin jetzt hier weiter. Ich glaube, du musst hierher kommen und auf den Knopf irgendwie drücken müssen. Mhm, aber ich wollte eigentlich gerade da oben noch die Erfahrung holen. Okay, ich weiß auch nicht, wie man da oben auf den dritten Knopf kommt. Da ist nämlich noch ein dritter, sehe ich gerade. Oh, ich steppe jetzt hier wieder. So, halb. Ja, jetzt bin ich dort. Ach, jetzt bin ich auf einmal da. Ähm, ja. Kannst du mal gerade zum Checkpoint? Warum? Weil sonst komme ich nicht weiter. Weil das Spiel mich auf die andere Seite gesetzt hat. Oh, der ist ja da vorne in der Checkpoint. Dann geht's ja noch. Bist du jetzt hier, oder was? Nee, ich bin hier links weiter. Nee, ich bin hier an einem Checkpoint. Jetzt komme ich endlich hoch. So. Oder doch, ich glaube, ich komme sogar. Doch, ich... Na, jetzt bin ich schon wieder... Och, das kann doch nicht sein, dass man da hinten spawnt. Ach, dumme Idee, ne? Ach, der Dingens ist tot. Mhm. Schaffst du denn jetzt hier hin, oder nicht? Oh, das kann doch nicht sein. Das war ja super geschickt. Dann lassen wir die auch. So, da oben muss einer drauf. Und siehst du, wo der hin muss? Okay, dann geht's so auch, klar. Ich wollte mich jetzt nicht von den Stacheln da treffen lassen. Aber, du kannst davon das Gitter kaputt machen. Oder ich, eher gesagt, weil du kannst ja kein... Irgendwie will das ja nicht, genau. Okay. Okay, das Gitter ist kaputt, aber... Na, da kann man nur so hochspringen irgendwie wahrscheinlich, oder? Krieg ich jetzt mein Dingens wieder? Naja. Ich bin jetzt oben, an diesem komischen Ding. Ich hab keinen blassen Schimmer, wofür das gut ist. Ja, also ich glaub, hier ist falsch. Äh, ja, da lang nicht, ne? Wir müssen irgendwie rechts rüber, aber... Ich hab einen Jackpoint. Na, super. Ich weiß nicht, ob das hier oben weiter geht. Ich komm da gar nicht hin. Wo ist ein Jackpoint? Rechts. Ich glaub, hier geht's weiter. Ja, da geht's weiter. Okay, hier oben ist noch eine Flasche, seh ich gerade. Ich weiß aber nicht... Ich bin tot, aber ich weiß nicht, warum. Äh, ich auch nicht. Am letzten Jackpoint hab ich ja jeder geholt. Komisch. Was machst du jetzt da unten? Ich weiß nicht, wo ich hin muss. Weiter nach oben. So, jetzt bin ich erstmal wieder da, wo wir angefangen haben. Wieso, wieso bist du jetzt wieder da hinten hin? Ja, ich weiß nicht, wo es weiter geht. Ja, oben. Habe ich doch gerade gesagt. Hier sicher, ja? Ja. Wo muss ich lang? Jetzt greift er da hinten hin. Da, wo da oben ist, oder was? Jetzt, hm? Wo bin ich denn jetzt? Oh, warte. Zack. Da, da muss man reingreifen. Okay. Man kommt nur mit deinem da weiter, oder wie sehe ich das? Man kann auch, glaube ich, mit dem Zauberer hier so noch... Oh, super. Oh. Was machst du jetzt? Ja. So, da kannst du raufspringen. Wie geht's jetzt hier weiter? Da oben ist ein Drehding. Warte, geh mal grad weg. Mach' nen Würfel hin hier. Ja, geht nicht so schnell. Ersten Würfel dann. Ne, und dann sind... Ja, ersten Würfel und dann sind das Schwebeding wahrscheinlich. Hm, schwierig. Aber ich schätze mal, das ist der einzige Weg. Mach' mal da links jetzt so ein Dreieck hin. Ja. Ein bisschen tiefer, das Dreieck. Das... Das Dreieck drehen, dass man draufspringen kann. Bitte. Ein bisschen tiefer und das Dreieck, dass man draufspringen kann. So. Und jetzt drehen wir mal das andere Ding dann. Wie, dann so? Das oberen, das Drehen jetzt? Ne, ich glaube, so rum ist besser, ja. Aber nicht ganz so schnell. Dreh mal, das Drehen. In welche Richtung? Links rum. Im Uhrzeigersinn. Jetzt kann ich nicht weiterdrehen. Jetzt kann ich nicht weiterdrehen. Der dreht sich doch von alleine, oder nicht? Nein, jetzt... Dreh mal, lass mal drehen. So, loslassen. Ja, genau. Da oben kannst du nicht dran greifen, das ist auch toll. Shit. Und man kann da dran nicht greifen. Gut, dann... Schlimmer war, ich war ja schon mal oben links. Geh mal hin, geh mal hin. Greif mal an wieder da oben. Wo ist das Teil? Hier. Ja, du hast es schon geschafft, oder was? Mhm. So, kannst du gleich den Balken drehen, während ich drauf bin dann? Ne, wenn du drauf bist, kann ich dich nicht bewegen. Wie rum muss er denn erst? Achso, ich hab jetzt den. Naja, als du das berührt hast, konnte ich nicht mehr. Ja, so geht's auch. Und dann dreh ich... Wieso lässt du los? Ja, wieso lässt du los? Hahaha. Ich hab noch keinen anderen Charakter. Ach, ich brauch meine Bogenschützern. Ups. Was machst du? Na komm. Achso, ja, okay. Dann ist das einfach. Bisschen weiter nach rechts, bitte. Müssen wir da weiter, oder was? Nach da? Ja, danke. Also. Mein Zauberer. Hier hängt sich dran, ne? Ah, hängt sich natürlich falsch da dran, ne? Ja. Wenn das so einfach geht, dann ist das ja kacke, ne? Ne, ich bin wieder falsch dran, ne? Muss mit dem... ...Stick auch noch in die Richtung lenken, so ungefähr. Ja. Kannst du... Oh, nee, ne? Wo bist du? Na, unten? So, jetzt hab ich's. Hahaha. Coole Technik. Wir müssen auf den Turm klettern. Ich habe ein schlechtes Gefühl. Aha. Oh, jetzt ein neues Level. Okay. Oh, schon zu Ende. So. Ganz leise. Super leise. Kommt ein Boss. Pass auf. Ah! Ist noch kein Ding ins da. Kann also nicht sein, dass wir den angreifen können. Ja, kann man ja trotzdem versuchen, oder? Ja, aber keine Lebensenergie, dann geht das nicht. Schnee, springe auf den Vorsprung. Wir müssen die Spitze erreichen. Toll. Achso, was ein Arschloch das ist. Na. Der hat da mir erstmal... ...vor meinem Gesicht hat da... ...ne Klanke hingemacht, dass ich da nicht weiterkomme. Hier, kannst du ja hochspringen mal. Mach schon mal weiter. Du kannst auch dein Ding ins Wiederhaben. Ach, nö. Boah. Der ist fies. Da komme ich jetzt nicht hoch. Das ist jetzt eigentlich alles im Weg. Oh. Wie kann ich mein... Ich kann nicht mit dem Ding umgehen. Okay, dann wechsel. Gib mir doch so einen Schlägertypen. Ja, wechsel. Komm schon. Hier kriegst du erstmal wieder einen. So, wo er ist. Ach, noch einer, ey. Ist aber gut, ne? Kannst doch einfach hochspringen, ne? Da fängt die dich auch nicht mal an. Okay. Oh, da kommen wir nicht lang. Da muss man nicht. Da muss ich lang. Oh, da habe ich mich hochkatapultiert. Okay, müssen wir da oben lang? Ja. Oh, was ist das? Da kommen mit mal Kugeln runter. Ja, das habe ich mich auch... Oh, hier ist er. Ich sehe ihn nicht. Der war hier gerade einmal ganz hoch. Wie sollen wir da hinkommen? Ich glaube, du musst das Ding zerschmettern. Oh, der macht immer diese Kugeln, ne? Jetzt bist du tot. Ja. Sonst komme ich da nicht hin. Der ist doch doof, Mann. Gibt es hier irgendwo ein Ding ins? Da oben ist er. Sie war tot. Ich habe jetzt den letzten Charakter, oder was? Nein. Bringst du noch einen Punkt? Nee. Aber ich bin da jetzt auch. Der war hier oben auch eben wieder, ne? Du kannst das mit dem Magier wegmachen. Ja, aber... Geht gerade so schlecht wegen Dingens, ne? Das kannst du auch wegmachen. Aber brauchst du gar nicht. Ich komme nicht hoch. Scheiße. So, ooooh, jetzt bin ich auch tot. Es ist deine Sache. Jetzt musst du das schaffen. Gibt es hier einen Spawnpoint? Ja, weiß ich nicht. Ich muss mal weiterlaufen. Ich glaube, aber ohne... Ich kann das auch nicht mehr tauschen. Einfach auf den Kopf schmeißen, ne? Ja, habe ich gedacht, dass das funktionieren würde. Links hoch. Da ist er. Boah, ist der gemein. Der dreht so schnell, das schaffe ich doch gar nicht. Jetzt. Ne. War es zu früh. Noch mal einen Tacken zu früh. Und gleich dreht sich nicht mehr. Na, das war zu spät. Nein. Das Kletcher unten läuft immer noch weiter. So, jetzt ist es aber gut, ne? Was machst du? Kannst du auch dir einfach das Ding bewegen. Mit der Macht. Ja, ich wollte jetzt gerade... Ja, ich wollte jetzt gerade... Ey, da steigt die Glute hier. Oder wie sehe ich das? Das habe ich auch gerade gedacht. Nochmal von vorne. Nochmal von vorne, genau. Super. Aber, ich glaube, Level neu starten machen wir in der nächsten Runde, oder? Ja, okay. Ich bin jetzt aber schon hier drin. Aber kann man ja auch beenden, ne? Ja, da ist sicherlich das Sinnigste da zu beenden jetzt gerade. Okay, wir haben gesehen, dass wir, denke ich mal, so ziemlich am Ende sind. Das ist wahrscheinlich der Endgegner, der letzte Endgegner, kann das sein. Die Lava geht hoch. Wird irgendwie sowas sein, oder? Gut, dann würde ich mal sagen... Ich lasse dich, danke fürs Zuschauen. Und wir würden uns freuen... Wenn ihr das nächste Mal... Auch wieder mit dabei seid. Bis dann. Tschüss. Tschüss.